Hallo! Hallo! Ja, heute habt unsere schöne Rosalienchen irgendwas mitgebracht. Ja, 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 das habe ich. Ja, habt sie, weil sie hatte ganz leckere Sachen genommen. Und jetzt gucken wir, was sie jetzt im Moment bringt. Einen Moment bitte. Wir mussten ja immer warten. Damals können... Ich stopp! Ich bin schon da. Mein Gott, ich habe so vieles in meinem Mund. Das sind die Augenbrecher. Oh, die liebe ich. Ich auch. Ich weiß es. Wir haben so viele Augen und welche Farben. Wir haben drei davon. Eine blau, eine rosa und eine grün. Also probieren wir eine, aber gleich, wenn ihr noch eine... Ich probiere sie blau an. Hey, wieso geht ihr so leise? So leise. Die reinste, die reinste, die reinste, die reinste. In den Aufen. Hier, die reinste, die reinste. Ich probiere diese schwarze Básse. Ja, richtig? Ja, richtig? Vielleicht die ganzen Augen. Dann geht's den Klang auf die Kerze weiter. Und dann geht's den Klang auf die Kerze weiter. Kann ich sein? Ja. So, jetzt kann ich eigentlich gut reden. Ich heiße ja... Weiß ich noch mal. Du heißt... Pinky Lähnchen oder so. Okay, Lähnchen. Meine schöne Lähnchen. Du kannst jetzt aussuchen, was du noch nehmen kannst. Ja, das mach ich. Fertig. Das haben wir auch gesehen. Doch, es ist irgendwelche Wurstchen. Zwei Wurstchen. Ja, weil ich nicht drei könnte. Was von drei wär's da. Könntest du ja nur einen buchen. Das sind so welche rote Wurstchen. Man macht sie von dieser Seite ab. Hier. Dann seht ihr, das ist auch ein Wurstchen. Jetzt probieren wir. Aber man muss es doch nur... oder? Da ist nicht so... Warne. Wurstchen. Kannst du es mehr holen? Ich erzähle mal, wie viele Sachen es noch gibt. Und ich zeige es euch direkt. Da sind 5 Sachen noch übrig. Ich hole mal die letzte. Noch eine. Hier. Das hatten wir doch schon. Das ist das zweite Wurstchen. Dann haben wir eigentlich noch 4 Sachen. Was ist das denn? Das sind so welche Kneckenbrötchen oder weiß ich nicht was. Aber mit Schokolade. Probieren wir mal aus. Oh, hallo. Wie geht es dir, Freundin? Gut. Oh, Mami. Kann meine Freundin mitmachen? Wolltest du gerne uns neues Essen holen? Warum? Weil wir machen da gerade so ein Challenge. Guck mal da hin. Das sind doch Leute. Hallo. 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 Und das ist meine Hilferein. Oh. Wir essen gerade so eine Schokoladenbrötchen. Willst du ihn mal aufbauen? Billion. Hier. Probier mal doch. Schmeckt lecker. Oh, dann gib mir noch was. Schmeckt lecker. Okay, dann probieren wir endlich mal was. Okay, ich gehe. Entschuldigung. Nutella. Wow, Nutella. Guck mal an. Ihr seid so kuschelig, dass mich man fast nicht sieht. Oh mein Gott. Wir ziehen das Deckel auf. Und hier ist wieder Nutella. Ganz lecker. Du hast noch eins genommen. Oh, oh, oh. Hey. Da passt sie mir. Da passt sie mir. So. Tali. Tali. Wie heißt sie denn? Weiß ich nicht. Also meine heißt sie ist Pink Pinklinchen. Pinklinchen. Aha. Du bist Corona. Ich bin eine Corona. Ich habe Angst von dir. Aber ich bin aber ganz nette Corona. Was? Ähm, ja. Ähm, du musst nicht die Leute essen. Wow. Wir haben noch irgendwas Ibris. Das sehe ich selber. Weil das liegt schon über oben. Heute ist meinetag. Ich mag so was. Wow. Ich hole das natürlich. Ich hole das. Ich hole das. Caprizone. Was? Caprizone? Ja, ja, ja. Caprizone. Oh, aber leider. Oh, aber leider muss ich gehen. Tschüss. Ich schütte ihn in den Händen, wie ich helfe. Sie ist weggegangen. Hört ihr? Ja, dann bist du da hier. Du bist immer schlau. Du musst es lesen. Pinkie Pie. Ich habe noch etwas Letztes. Aber das werden wir im nächsten Video aufmachen. Das ist fest drin hinter mir. Seht ihr sie? Guck mal. Wieso tust du mich weh? Hey, ein Händchen. Mie, Mie, Mie. Sie ist aber ehrlich lustig. Hm, auf welchen kann ich? Du hast aber ehrlich schöne braune Augen. Und ich habe grüne Augen. Und ich habe grünen Augen. Und ich habe grünen Augen. Und dass ihr nächstes Video aufmachen, ist das leider da. Sollte ich ganz gerne mit euch jetzt aufmachen, aber können wir nicht. Im nächsten, zweiten, dritten Video. Na gut. Dann alle sagen bitte tschüss, Leute. Tschüss. Ah, ich will nicht. Tschüss. 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 Vielen Dank.